Hey Leute, hieß der Aldemar mit 7 Sektor, Sektor 7, Sektor 7, Sektor 7, Sektor 7, Sektor, eins davon. Okay, das ist jetzt links, was ist auf der rechten Seite? Im Zweifel mal nach rechts. Fernseher. Das ist wieder russisch. Das sind so seltsame Geräte, als wenn das gemacht wurde für diese kommigen Sachen. Novograd. International Stadt. Internationale Stadt, Entschuldigung. Bestimmt. Internationale Stadt. Also es ist eine, weil es gibt verschiedene Sprachen. Ich finde die Idee geil. Internationale Stadt. Frage, ob sowas funktionieren könnte. Ich glaube, selbst eine internationale Stadt muss dingseln. Guck mal, da haben wir eine 20. Das macht es viel einfacher. Da, 6. Ah, Gott sei Dank. Können wir da. Oh, das war jetzt einfach. Komm schon. Komm jetzt wieder zurück. Komm, wir gehen mal gucken, was der Fernseher so macht. Hä, das ist so. Willst du mal wissen, ob das überhaupt irgendwas macht? Nö. Alles umsonst. Okay, da ist ein Türschloss. Wanted. Kann ich nicht lesen. Missing. Ah. Ah, okay. 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 Was ist der denn da? Wundert er sich nicht, dass die Tür auf ist? Was ist der denn da? Du-del-di-ni. Du-de-e-derús. Du-de-r-de-do-de. sheep. Das ist das Erste. Das ist falsch. Ach so. Alter, was soll das? Diese blöden Geräusche. Ich habe versucht wegzugucken. Okay. Das. Nein. Das nicht, auch nicht. Das. 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 Ich muss das Dritte noch finden. Vierte. Das. Nein. Also das. Ja, das weiß ich. Ja, aber was ist das Nächste? Ah. Okay, jetzt habe ich es. Nein. Das gibt es doch nicht. Also das muss ich in der Reihe machen, oder was? Das war nochmal das Letzte jetzt. Ah ne, dann darf ich nicht drauf drücken, oder was? Oh, nochmal. Ich habe schon wieder vergessen, was das Letzte war. Ich bin halt vergesslich. Scheiße. Ah, scheiße. Ah, scheiße. Und jetzt noch den Dingensbums. Das ist der mittleren, der mittleren langen Strich. Komm schon. Oh, Gott sei Dank. Oh, Jus Maria. Ey, da sind wir. Guck. Sind wir denn irgendwie so ein Alien? Guck mal. Wir wollen raus, aber es geht nicht. Alter, hast du ja abgefahren. Setzen. Oh, Entschuldigung. Da war ein Monitor kaputt, ist dann mit dem Kopf verloren. Oh, shit. Lol. Ist das lustig? Aber wer baut denn so eine Scheiße? Wahrscheinlich ja keine Absicht, aber. Oh, shit. Oh, sch- Oh, Mann. Kacke. Boah, ist ja doch. Jetzt wird es echt schwer. Also. Oh, mein Herz. Jetzt wird es. Das ist aber echt eine Scheiß-Massage hier. Meine Güte. Oh, Jesus Maria. Ich wollte mich doch gerade ducken. Jetzt sag bitte nicht vom Anfang. Bitte nicht. Bitte. Oh, Gott sei Dank. Ich wollte mich doch ducken. Oh. Äh. Ja. Ich ziehe mich trotzdem. Okay, wir müssen warten. Ich dachte, eventuell bugle ich mich da, aber. Ich kann laufen. Okay. Äh. Okay, ich bleib da stehen. Ach, nö. Komm, jetzt noch am Schluss? Was ist das hier? Dark Souls. Ich laufe dann da durch, sobald das Zweite da ist. Also. So. Warten. Laufen. Nein. Ich wollte doch da stehen bleiben. Sehr entspannt. Jetzt ist es nicht mehr entspannt. Es ist nicht sehr entspannend. Es ist nicht sehr entspannend. Oh, hier ist Maria. Oh, shit. Was denn jetzt? Fuck. Rechts, links, oben. Rechts, unten. Okay. 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 Ich gehe auf die andere Seite am besten. Oh, das wäre, oh, das wäre echt gut gewesen. Also, machen wir das jetzt mal so. So, hier oben. Oh, nein. Oh, das sich zu merken wird übel. Also, das sind echt Try and Errors. Das finde ich ein bisschen blöd. So, das hasse ich im Spielen. Ah, ja, genau. Okay. Bam, bam, bam. Dang, 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 dang. Oben, Dingens, Womens. Oh, das ist das. 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 Vielleicht sollte ich immer auf diese Zweier achten. Ich mach mal so weit, wie ich's weiß. Ah, natürlich! Immer noch alles besser als, äh, mein kleiner Unicorn, oder wie er siehst. Ich mach mal so weit, wie ich siehst. Also jetzt nur auf die Seiten, ne? Okay. Okay. Ich vertraue dem Rat nicht. Oh Gott sei Dank! Und jetzt? Okay, wir sind raus! Oh, ist wieder so'n Ding ins Moment. Ähm, äh, nö, 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 nö. Oh, nö! Achso. Ich muss die zwei rauskicken. Ahem, Kinderspiel! Oh, nö, 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 nö. Halt! Was ist das denn jetzt hier? Oh Mann, ey! Okay. Ah, ist, äh, so? Ne. Das ist da, das ist da. Machen wir lieber so. Aber es ist da, so. Ne, das geht auch nicht. Ne, das geht auch nicht. Wer ist denn damit? Nein? Äh, ne, Quatsch! Ja, geht ja gar nicht. Ähm. Ich fang mal hier an. Das ist halt am praktischsten hier, das Vierer zu nehmen. Ach, im Ernst? Ne, es zeigt gar nichts an, lol. Ach, das Blaue ist falsch! Ach, unten! Guck mal, ich hab die ganze Zeit das falsche Ding gesucht. Und hab's trotzdem geschafft. Gut, ist ne Dreierkombi. Ja, ist eigentlich auch nicht so kompliziert. Okay, okay, okay. Okay. Das ist auch nur Try and Error. Die Mau Mau. Nur, dass du alleine spielst. Ich meine, äh, wie... Die Dingensbummins. Wie heißt das denn nochmal? Wo du diese Pärchen finden musst. Wie heißt das denn nochmal? Ich hab's vergessen. Toll. Jetzt haben wir diese Pump aufgehört zu schlagen. Ich weiß es auch nicht. Okay. Da ist ne Treppe. Äh, die Treppe muss... Ist das scheißegal? Da sind Punkte. Treppe muss zur Treppe. Aber wie ist das jetzt verbunden? Und das... Und das... Äh... 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 Was? Der Hintergrund ist geil, oder? Meine geile... Meine geile... Ich versteh die Punkte nicht da drauf. Das versteh ich jetzt nicht. Muss das getauscht werden? Strich... Punkt... 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 Nochmal. Punkt... 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 Okay, links ist Punkt, Punkt, Punkt. Jetzt hab ich's verstanden. Und das hier ist Punkt... Strich... Punkt... Strich... Punkt. Äh... Schade, warte. Ich muss nur mal warten hier. Strich... Punkt... Strich... Punkt... Strich... Das hier ist... Punkt... Strich... Scheiße... Strich, ja... Punkt... Und jetzt? Das ist jetzt die Frage... Das ist jetzt die Frage... Also... muss... die Treppe... Ah... Shit! Ich hab's! Also... Ähm... Okay... Das hier ist... Das Zeichen... Das muss noch da... Ha... Jetzt... Jetzt hab ich's verstanden... Äh... Das ist dann... Okay, warte mal... Das muss ich nach da hinten bringen... Das wird jetzt echt... Ja... Tricky... Meine Güte... Ha-ha... Tada... Frag nicht... Ist es... Obsolviert... Also... Das beweist mir, dass ich trotzdem nicht hoffnungslos bin... Hier... Oh... Toll... Da geht's nicht weiter... Warte mal... Jetzt bin ich verwirrt... Wann machen wir den her jetzt? Ist das doch irgendwie... Hat uns jemand geholfen? Oh... Shit! Oh... Sowas find ich cool! Ähm... Auf deine Zeit ab? Na toll... Na toll... Ich muss das von da... Äh... Warte mal... Das kann ich ja gar nicht drehen... Nicht verwirrt... Warte mal... Oh... Oh... Alter... Was? Im Ernst? Oh... Boah... Alter... Ich... Okay... Ich weiß wie es geht... Oh... Okay... 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 So... Wir machen es von... Oh... Oh... Okay... Warte... Ich schaff das... Ich schaff das... Ich schaff das... Oh... Scheiße... Ja... Warte... Wir probieren es mal so... Scheiße... Oh... Passt... Das geht nicht... Das geht nicht... Okay... Okay... Dann müssen wir es mit einer Kurve machen... Und versuchen wir es nochmal andersrum... So... Ach... Guck mal... Und jetzt... Oh... Guck mal... So einfach ist das... Äh... Das ist cool... Das ist... Schon mal... Mein Lieblingsrätsel... Das gefällt mir echt gut... Find ich klasse... Oh... 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 Shit... Was ist denn da drin los? Ist das ein Geschütz? Ist das ein Typ auf einem Stuhl... Mit irgendeiner Maske? Prägst du nur eine Maske? Oh... Secrets? Machen die denn... Die haben... Setzen den auch dahin? Vielleicht sitzt... Vielleicht setze ich auf so einem Stuhl! Schon wieder voll weird... Aber die Spiele leben irgendwie davon... Dass es weird ist... Ol... Oah... Euer Tod... Lol... Wann mach ich denn da? Boah Leute ich muss hier aufhören. Ich bin schon voll am Überziehen. Wir sehen uns nächste Folge wieder. Bei dem wunderbaren Sektor 7, 7 Sektor und so. Haut rein!